Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Grüß Gott, mein Name ist Gaby Schmidt. Ich bin Mitglied dieser wunderbaren Landtagsfraktion und im Landtag Mitglied der Kinderkommission. Und das war auch der Auslöser dafür, warum ich meine Diätenerhöhung hauptsächlich für Kinder und Jugendliche gegeben habe. Und zwar einmal ein großes Paket zur Suchtprävention. Sucht kann ein Medienkonsum sein, gerade in diesem Corona-Jahr. Und da ging das auch an Mittelschulen, Realschulen, in der Stadt Offenheim, in der Stadt Neustadt und in der Stadt Höchststadt. Und ein anderer Teil ging zur Stärkung der Jugendlichen, was Spaß macht für meine Schützenjugend und für den Angelverein. Also wir müssen auf die Kinder schauen, die stark machen und dafür spende ich gerne. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.